Endlich ist wieder Montag und wir starten die Woche mit einer richtig tollen Möbelserie Case und mit Wohnexpertin Chrissy. Hey Chrissy, schön, dass du da bist. Hallo liebe Claudia, ein herzliches Willkommen auch von mir und heute können Sie sich richtig freuen auf die Serie Case. Erstmal verrate ich Ihnen die Preise, damit Sie wissen, was Sie erwartet. Das Sideboard 199 Euro, das Lowboard 169 Euro, das Highboard noch günstiger 149 Euro und mein Favorit, die Vitrine für 179 Euro. Und jetzt denken Sie vielleicht, ein bisschen was auflockern, würde ich auch noch gerne. Dann entscheiden Sie sich sehr gerne für das Wandregal für 19 Euro. Zum einen haben wir die dunkle Serie, für die, die es gerne etwas elegant möchten. Und gerade bei der dunklen Variante ist es ganz wichtig, dass das ein bisschen aufgelockert wird. Und hier ist mitgedacht worden mit dem Scandi-Look. Jaj elskanorsk, das heißt, ich liebe Norwegen. Und hier ist abgesetzt worden mit so einem wunderschönen Walnussbraun. Was unbedingt zu wissen ist, ist die Push-to-Open-Funktion. Klingt schon so schön, ne? Und fühlt sich noch weitaus besser an. Da ist kein Zerren mehr und kein einziehen, sondern es ist einfach ein kleiner Druck und schon öffnet sich die Tür und Jaj elskanorsk, das heißt, ich mag Schweden sehr gerne. Haben wir hier auch die Henne-Variante und da gehen wir jetzt mal hin. Das finde ich wirklich sehr schön, weil es einfach so einen cleaneren Look hat. Und auch hier ist es wieder so ein bisschen abgesetzt in einer Eichenoptik, was natürlich das auch so ein bisschen auflockert. Hier haben Sie das schon bemerkt überhaupt? Das ist zum einen benutzbar als Sitzbank. Und wenn Sie sagen, nee, ich würde gerne meinen Fernseher da einbauen, dann können Sie das tun, weil hier hinter ist nämlich noch ein Loch versteckt. Da können Sie alle Kabel verstauen, ohne dass die irgendwie unangenehm auffallen würden. Also ich habe wirklich das Gefühl, mit dieser Serie kannst du deine ganze Wohnung beleben. Weil selbst wenn du dich für alles entscheidest, liegt es unter 1000 Euro. 199 Euro Sideboard. 169 Euro das Loanboard. Die Vitrine nicht zu vergessen mit 179 zu erwerben. Und das hast du ja schon gesagt. Wandregal, Nullerpreis mit 19 Euro. Und das Highboard schlaffe 149 Euro. Also liebe Zuschauer, wenn Ihnen Case gefällt und Sie das gerne haben möchten, dann würde ich Ihnen empfehlen, Sie rufen die Hotline an. Da können Sie Case bestellen. Oder Sie schauen ins Internet. Und was ich Ihnen immer empfehlen würde, kommen Sie einfach bei uns in den Filialen vorbei. Dann können Sie alles anfassen. Dann können Sie auch mal Push to Open, was du gerade super erklärt hast, ausprobieren. Und da können Sie Case natürlich auch bestellen und sich schön von großen, starken Männern nach Hause liefern lassen. Gut, Chrissy. Ich danke dir. Ich habe jetzt ein bisschen Hunger, aber wir Mittag essen gehen. Wir gehen jetzt Mittag essen und uns wünschen. Viel Freude, oder? Ganz viel Spaß mit Case und ich freue mich natürlich auf nächste Woche, wenn Sie dann wieder einschalten. Montags Montag. Ich weiß auch schon, was wir im Produkt haben. Es ist richtig, es ist nicht toll. Und für eine Woche wieder zu einem Knallabpreis. So, falls Sie jetzt auch Mittag essen gehen, guten Appetit. Tschüss. Tschüss. Tschüss.